Du weißt ja noch nicht mal, wie man eine Ehe führt. Bist du denn jemals zu Hause gewesen, ohne dass ich von deinen Schlägertypen da rumhängen? Ich habe Nick, The Pig, als Freund. Was für ein Leben ist denn das? Merkst du denn nicht, was aus uns geworden ist, Toni? Wir sind Verlierer. Sieger sind wir nicht. Hau ab, du bist stoned. Ich bin nicht stoned, du bist es. Los, schau sie ja raus mit. Nein. Komm, mit, komm. Nein, ich gehe nicht mit dir nach Hause. Ich gehe mit niemandem nach Hause. Ich gehe alleine. Ich werde dich verlassen. Ich will diesen ganzen Dreck nicht. Okay. Ich bringe dich jetzt raus. Ich bringe sie mit dem Taxi nach Hause. Lass sie gehen. Lass sie laufen, Mann. Bisschen Metakralon und sie liebt mich wieder. Was klotzt ihr denn? Ihr seid doch nur ein Haufen abgefuckte Arschlöcher. Wollt ihr wissen, wieso? Ihr habt doch nicht mal den Mut dazu, das zu tun, was ihr wollt. Kommen Sie bitte hier hin. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem vollgeschissenen Finger auf mich zeigt und sagt, das ist der Bösewicht da. Was seid ihr denn da durch? Gut? Ihr seid nicht gut. Ihr wisst nur, wie ihr euch versteckt und wie ihr leben könnt. Aber ich, ich hab so ein Problem nicht. Denn ich sag immer die Wahrheit. Sogar, wenn ich lüge. Also, verabschiedet euch von dem Bösewicht. Macht schon. Es ist das letzte Mal, dass ihr einen so miesen Kerl seht wie diesen, das sag ich euch. Weg hier. Macht Platz für den Bösewicht. Ein Schopf kommt überall durch. Gebt mir Liebe aus dem Weg. Gebt mir. Gebt mir. Gebt mir. Gebt mir. Gebt mir. Gebt mir.